Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin Agnia, professionelle Sängerin, Musikerin und begleite seit vielen Jahren Menschen mit persönlichem medialen Seelengesang auf ihrer Lebensreise, ihrem Seelenweg und manchmal auch Heilungsweg. Mir liegt es sehr am Herzen, in dieser herausfordernden Zeit, einen medialen Seelengesang auch zu verschenken als Heilgesang hier in meinem YouTube-Kanal und das möchte ich möglichst regelmäßig tun. Dabei stelle ich meinen Gesang, meine Stimmbänder in den Dienst der Schwingungen bedingungsloser Liebe, um sie an dich und an alle, die sich von meinem Gesang berührt fühlen, weiterzugeben und ihn zu ermöglichen, für einen Moment in diese Schwingungen einzutauchen. Gerne kannst du in den Kommentaren den Namen eines Menschen hinterlassen, von dem du weißt, dass er jetzt gerade diese Schwingungen als Unterstützung gut gebrauchen kann. Und während du in meinen Gesang eintauchst, in dieses Feld, kannst du ganz bewusst über dein Herz, über dein Bewusstsein, mit deinen Gedanken, diesem Menschen mit aller Intention diese Liebe weitergeben. Und natürlich darfst du sie auch ganz und gar für dich selbst annehmen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Abonniere gerne meinen Kanal hier, dann erfährst du, sobald es ein Heilgesang-Geschenk von mir gibt. Und vielleicht magst du auch ein Like da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Alles Liebe und Bestes in dieser Zeit. Herzlichst. Agnia ! 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020